oh mein gott es geht los aber ich befürchte dass uns jetzt nicht wieder ein killer über den weg laufen wird der ausgang laufen lässt aber wieso hat er dennoch angegriffen ach so oder der wollte dass einer durch die falltüren kommt das kann natürlich auch sein dass er den deswegen angegriffen hat weil wenn er das nicht wollte hätte den ja nicht angegriffen und dann rüber getragen was aber ich glaube der andere hat das auch gar nicht so mitbekommen der war nämlich nicht bei uns ich denke mal der hat nur gedacht okay der killer ist nicht bei mir in der nähe ich bin schon wieder allein der schatz kommt zu mir bist du hier alle hier hallo das opfer hello geht er durch oho er ist wieder die summe ohne OHH.. nene.. Nicht zu mir rennen. Ich will sterben. Nicht sterben. Warum leckt das so? Es leckt total, ey. Mir eben auch kurz. Ja, das ist, weil du was machst da gerade. Was mache ich denn? Jetzt will ich wieder keinen fucking Generator hier. Ja, das ist echt schon mal. Bist du noch bei ihm? Das ist nicht nett. Ne, er ist weggelaufen wieder. Ey, wieder so eine Scheiß-Map ohne Generatoren oder was? Ach, da vorne war einer. Fuck! Jetzt bin ich hier bis ganz hinten. Aber ich hole dich. Ist hier noch bei dir? Nee. Ich habe einen Generator hier. Aber ich hole dich erst. Dann gehen wir da hin. Oh oh. Ja toll, ich wollte es machen. Hier ist doch vor allem einer. Ja, sollen wir den machen oder? Da hinten ist doch auch noch einer. Ja. Ich hasse Creme. Ich hasse Creme. Also, ich liebe Creme. Diese scheiß Musik, ey. Von dem. Das ist voll Psycho, ey. Ja. Boah, ey. Das ist so, die frisst auch kleine Jungs und kleine Mädchen. Wen hat sie da? Mich nicht. Äh, gar... Ach, scheiße. Ich dachte, das ist ein Generator. Ist das hier? Eine Kiste. Geil. Ich bin heute sowas von... Der hängt auf jeden Fall. Mega intelligent, was das Spiel betrifft. Sie rennt weg. Sie kommt zu dir. Und sie hat dich gefunden. Sie wirft dich. Die wirft dich? Sie... Mann, ey. Blöde Kuh. Ach, bist du schon frei? Also, ich hab die eine befreit. Ja, ich komme in den Keller. Das war's mit mir. Nee, nee, da hole ich dich raus. Hier, hier, hier. Soll ich dich hier... Oh, es geht aber rapide mit mir runter. Nee, nee, das kriege ich noch hin. Komm, was hältst du durch? Ich bin gleich da. Nein. Wir haben noch keinen der Generatoren. Wir sind grad dran. Und das hier irgendwo noch näher. Das ist jetzt eigentlich der ich hinterher glaube, oder? Wie schnell kannst du heilen, ey? Keine Ahnung, das war grad viel schneller. Oh, kommt! Scheiße. Nein! Irgendjemand ist hier am Generator dran. Wo bist du? Wo bist du? Ah, sie hat mich. Oh ja. Wo bringst du gleich hin? Bei dir in der Nähe? Du steckst dich im Schrank. Zu spät. Nee, mach's. Sie kommt noch. Ja, ich weiß. Sag mir, ob sie da ist oder ob sie weg geht, weil ich bin am Generator. Oh, sie sieht dich sowas von. Mich? Mich? Nee, dich? Äh... Ja, das warst du, oder? Nee, das warst du nicht. Ich bin am Generator hier. Generator? Nee. Nee, sie sieht Papa, dachte ich, aber hat sie nicht. Wenn die durch diese roten Dinger durchläuft, dann sag mir Bescheid. Ähm, die ist auf jeden Fall aus dem Keller raus. Aber noch in der Nähe. Wir hätten ein bisschen mehr warten sollen. Scheiße. Wala ist wieder befreit, glaube ich. Ah, ich bin wieder. Mann. Nee, ne? Sag mir, wenn sie von dir weg geht. Ich hätte nicht mehr warten sollen. Die darf nicht so nah sein, wenn wir es machen. Oh Mann, ey. Hey. Ich habe mich extra in einen anderen Gras... Ja, 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 ja. Ich habe hier zwei Drittel vom Generator. Ja, ich bin tot. Unser Leben wird wichtiger. Ja, ich bin tot. Oh fuck. Läuft die weg? Läuft die weg? Die sucht mich. Die findet mich nicht. Sie kreist um ihr Haus rum. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. So, ein Generator ist durch. Oh, sie kreist immer noch ums Haus und sucht mich. Oh, gleich hat sie mich. Nö. Nö. Jetzt hat sie mich. Jetzt hat sie mich. Und ich bin gleich tot. Oh Mann. Ja, ich war auch tot. Wieso bist du tot? Ja, weil ich doch aufgehangen wurde zweimal. Ich bin erst das zweite Mal. Ja, dann bist du auch tot. Ach, scheiße. Und ich komme extra... Ne, du kannst dich noch wehren. Ne, ich bin doch... Ich bin das erste Mal aufgehangen. Doch nicht. Ach, scheiße. Oh, 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 oh. Also, ihr könnt ihn doch retten. Könnt ihn nicht retten. Rettet QBKD. Ah, ich bin tot. Haha. Okay, rettet ihn doch nicht. Sie geschleicht wieder um die Generator... Aber zwei Generatoren sind schon. Ja, ja. Ich brauche noch einen einzigen. Dann könnte einer... Dann könnte... Äh, ne, dann ist die Fluchttür. Scheiße. Hm. Dann ist noch die Luke auf. Oh, das ist so offen hier. Das mag ich gar nicht. Das ist so scheiße. Wenn man gucken muss, und gleichzeitig unten gucken muss man... Der andere wird verfolgt. Wenn man drauf drückt. Warum nimmst du deinen Koffer nicht? Du hast wieder den Koffer nicht genommen. Ja, es funktioniert nicht. Die andere Taste. Du darfst nur die eine Taste. Es funktioniert nicht. Nur die eine. Welche Taste drückst du? Welche drückst du? Die rechte drücke ich normalerweise, um normal zu reparieren. Und da steht drin. Ich soll die linke drücken für das Item. Es klappt aber nicht. Ja, aber nur die linke. Es klappt nicht, wenn ich die alleine drücke. Es klappt nicht, wenn ich die gemeinsam drücke. Es geht nicht. Hör nochmal auf zu reparieren. Stell dich mal vor das Ding. Dann zeig dir an, welche Tasten du drücken musst. Wenn du den Koffer hast. Ja. Der andere lebt ja noch. Ah, da wird aber nicht in manchen Richtung los. Ich mach für uns den Generator kommen. Krass. Oh, er hat doch nicht. Jetzt ist er down. Ja, das heißt aber, wenn du den schaffst. Kann ich Arsch sein, oder? Die Tür ist offen. Also die Falltür. Die Falltür ist offen. Such die Falltür. Such. Such. Ja, aber was ist mit ihm? Was ist das für ein komisches Problem? Er ist disconnected. Er hat keinen Bock zu sterben. Wahrscheinlich. Das ist halt irgendwie blöd, weil man dann gar nichts kriegt. Oh, der hat dich gesehen. Der hat dich gesehen, wa? Ja, ja. Renn. Renn um dein Leben. Nein, hier ist die Tür. Fuck. Und ich wusste nicht, wo die ist. Ach, leck mich doch. Wie, die Falltür ist da, oder was? Nein, die normale Tür ist. Ja, du musst ja die Falltür haben. Ich muss nicht die Falltür haben. Doch. Doch. Die normale kannst du doch nicht öffnen. Das würde angezeigt werden. Oh. Scheiße. Das hat nicht geklappt. Scheiße. Aber frägel dich. Ja, da steht doch... Frägel dich. Ja, da steht Generator, oder? Ja, okay. Voll die Wiese. Mach. Frägel dich. Frägel dich. Ich werd jetzt so sterben. Das ist so ein Scheißkiller, weißt du? Ja, der hängt nicht auf. Was sucht der denn jetzt? Die anderen sind doch schon alle weg. Ja, geil. Konnte ich ja lange draufdrücken. Ja, gut. Du bist der Letzte. Das bringt ja nichts. Ja doch, es bringt mir Blutpunkte. Brauche ich den? Ne, das bringt mir ja Blutpunkte. Hab ich mal ausgeklärt. Hab ich ja gerade auch bekommen. 18 Stunden. Ja, beim ersten Mal. Aber nicht, wenn man länger macht. Oh! Heile andere Überlebende im Geg- Aua, meine Hand. Im Gegenzug für drei Ge- Hallo. Mach nicht immer ein schwarzes Bildschirm hier. Ein schwarzes Bildschirm. Jetzt kommt der Entity. Scheiße. Yes. Tägliches Ritual wurde abgeschlossen. Schon das zweite heute. Du hast das zweite Ritual abgeschlossen? Ja. Das sind jedes Mal, ich glaub 30.000 Blutbute. Und nochmal, ja, plus fünf für Bonus-Opfergaben. Yeah, ich hab fünf Punkte bekommen, weil ich meine Opfergabe. Ja, da sagen wir mal nichts zu. Ähm. Hat gar keinen Perk drin gehabt, ne? Achso, ja, Jagdbeil, ist klar. Keinen Perk. Ein Killer, der keinen Perk hatte. Machen wir noch eins aus? Noch eine Runde? Ja. Ja. Ich hab dann auch ihn mit dem linken Sitzel. Ja. Ja.